Ich freue mich auf den Film. Warte, was ist das? Was? Das ist doch nur Popcorn. Der Sohn des Chefs zu sein bedeutet, immer unbegrenzt Limonade zu haben, ohne auch nur den Saal zu verlassen. Ich will keine Sprite mehr. Nimm meine Bestellung auf. Was magst du? Er will Cola? Okay. Oh, danke. Schon besser. Dein Ticket, bitte. Geh durch. Dein Ticket? Viel Spaß. Hey, hier ist besetzt. Ups, was war das denn? Geh durch. Guten Morgen. Wo ist meine Frühstücks-Soda? Ich habe nicht genug geschlafen. Ich werde im Kino ein Nickerchen machen. Hi, Amanda. Hey, warum drängelst du dich vor? Weil ich der Sohn des Chefs bin. Hast du irgendwelche Fragen? Geh durch. Welchen Film zeigen die heute? Der ist langweilig. Den habe ich schon gesehen. Er ist alt. Hey Mann, was ist denn hier los? Ich bin der Sohn des Chefs. Verstanden? Was für ein cooler Film. Oh, oh. Ich muss auf die Toilette. Aber es ist so spannend. Ich will auf keinen Fall was verpassen. Ich pausiere ihn. Und bin gleich wieder da. Hey, mach den Film wieder an. Was soll das? Also echt. So, bin wieder da. Danke fürs Warten. Wir können weiterschauen. Ich bin der Sohn des Chefs. Setz dich. Hier ist dein Controller. Lass uns Mortal Kombat spielen. Oh, cool. Lass uns anfangen. Hey, was ist denn hier los? Mach den Film wieder an. Was machst du da? Ich bin der Sohn des Chefs. Ich kann machen, was ich will. Kapiert? Lass uns in Ruhe. Na, na, na. Was ist denn hier los? Sohn, ich muss mit dir reden. Hör zu. Ich nehme deinen Ausweis weg. Aber Dad. Warum? Sieh dir diese Grafik an. Das ist nur wegen dir. Willst du deinen Ausweis zurück? Ändere dein Verhalten. Aber Dad. Dad? Was ist passiert? Wo ist dein Ausweis? Bist du hier nicht mehr wichtig? Ich gehe dann mal. Bye. Warte. Oh, was für ein schlechter Tag. Ich bin mit dem Saubermachen fertig. Danke, Paul. Du musst nur noch den Boden in der Lobby wischen. Oh, wie sieht's denn hier aus? Ich hab kein Wasser mehr. Oh, Mist. Was mach ich jetzt? Paul, ich helf dir. Ich hab eine Flasche Fanta. Du kannst sie benutzen, um den Boden zu wischen. Klappt genauso gut. Viel Glück. Und gern geschehen. Okay, ich bin fertig. Ich kann mich nicht bewegen. Ich klebe fest. Was ist denn hier los? Das war Arnold. Ups. Ich wollte nur helfen, Dad. Bleibt ruhig. Keiner bewegt sich. Oh, Arnold. Die Sicherheit am Eingang ist ziemlich streng. Hast du etwas, das gegen die Regeln verstößt? Essen? Nein. Kameras? Nein. Tiere? Nein. Du versteckst also nichts. Kannst du dich bitte beeilen? Der Film fängt gleich an. Amanda, ich werde dir helfen. Sieh mal. Das ist deine Röntgenbrille. Mit der kannst du sehen, was die Leute verstecken. Wow. Ich kann jetzt wirklich alles sehen. Oh, meine Süßigkeiten. Ich glaube, die brauche ich nicht. Geh durch. Viel Spaß. Wow, Amanda. Was versteckst du da? Das geht dich nichts an, Arnold. Sieh mich nicht an. Sohn, du musst dem Kino aushelfen. Und blamier mich nicht. Verstanden? Geh und tu etwas Hilfreiches. Okay, Dad. Was für eine lange Schlange. Ich weiß, wie ich helfen kann. Dein Ticket. Dein Ticket, bitte. Kann ich dein Ticket haben? Danke. Dein Ticket. Ich habe es nicht mehr. Ich kann dich nicht ohne Ticket reinlassen. Aber der Typ hat mein Ticket. Und meins auch. Meins auch. Ah, verstehe. Hey, Arnold. Hä? Danke für deine Hilfe. Unsere Tickets. Geht durch. Das Popcorn ist alle. Es ist keins mehr da. Das ist so ungerecht. Aber ich weiß, was ich machen kann. Ein Popcornbad. Genießt es. Es reicht für alle. Jetzt werden wir immer Popcorn haben. Ich nehme ein Becher Popcorn, bitte. Danke. Ups, ich habe es verschüttet. Und wer macht das jetzt sauber? Bleib ruhig. Ich werde es sauber machen. Ich und mein Staubsauger werden das ganze Popcorn loswerden. Wow, danke. Geh durch. Viel Spaß. Ist der reingegangen? Super. Ich kann das Popcorn wieder in den Becher übertragen. Das solltest du lieber nicht sehen, Chef. Das war eine tolle Idee, Arnold. Ich habe kein Popcorn mehr. Ich habe aber noch Hunger. Sei nicht traurig. Ich habe etwas Popcorn für dich. Hier. Wow, danke. Wer will noch Popcorn? Du? Und du? Nimm noch was. Hier, bitte. Unbegrenztes Popcorn. Vom super netten Sohn des Chefs. Gern geschehen. Puh, ich bin so satt. Von dem ganzen Popcorn wird mir schlecht. Ich hätte das nicht alles essen sollen. Mir wird schlecht. Ich werde nie wieder hierher kommen. Wer will noch etwas Popcorn? Wartet. Arnold? Was? Das hast du ja wieder toll hingekriegt. Schaut auf die Leinwand. Ich werde euch gleich coole 3D-Effekte zeigen. Wow. Coole Spezialeffekte. Genial. Genial. Was ist das? Warum werde ich nass? Das ist 4D. Es ist, als ob du wirklich da wärst. Hör auf. Du hast unseren Film ruiniert. Schnappt ihn euch. Was ist hier los? Arnold? Kriege ich ein Ticket? Ja, das ist das letzte. Können wir 2 Tickets für den nächsten Film haben? Sorry. Es gibt keine Tickets mehr. Was? Ich kann euch stattdessen eine Limonade anbieten. Nein, danke. Eure Tickets. Wir haben keine. Da könnt ihr leider nicht rein. Oh, Mist. Hey Mädels. Kommt her. Nehmt Platz in meinem Minikino. Ich zeig euch den Film umsonst. Viel Spaß. Was ist denn hier los? Arnold, hast du den Film wieder gezeigt? Lass uns zum Chef gehen. Arnold, hast du nur ein Ticket für uns besorgt? Es gab keine mehr. Wie sollen wir denn jetzt zusammensitzen? Du hast mein Date ruiniert. Nimm deine blöden Blumen. Ich will dich nie wieder sehen. Adele, warte. Naja, was soll's. Oh, Amanda. Hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Okay. Was für ein romantisches erstes Date. Zeit für einen Kuss. Was? Ihr seid beide hier? Und wer bewacht den Eingang? Wie fandet ihr die Geschichte von Arnold? Schreibt uns, ob ihr das Kind eines Kinochefs sein möchtet. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren. Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir freuen uns. Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr könnt. Heute geht morgens Milch. Ich bin. Vielen Dank.